Ich bin Raphael Bions, ich bin Geschäftsführer von Blue Glass Interactive. Wir sind eine europaweit tätige Agentur im Bereich SEO und Content Marketing. Ein gutes Verständnis für die Suchintention ist absolut zentral und wurde im Verlauf der letzten Monate immer wichtiger mit Aufkommen von Themen wie Ranked Brain als drittes Standbein neben Links und Content und dem Content an und für sich ist dann natürlich auch Google so weit, dass wir heute nicht darum herum kommen, ein klares Verständnis davon zu haben, was Suchende wirklich wollen und in welchen Momenten wir mit welchem Content bereitstehen müssen. Als Search & Content Agentur begegnen wir immer noch der Herausforderung, dass wir auch innerhalb der Unternehmen, die wir beraten dürfen, das Thema Content Marketing noch weiter vorantreiben wollen, verankern und da ist natürlich eine Software, die uns mit einem breiten Datensatz auch in der Erfolgsmessung am Ende unterstützt, zentral, um eben nicht nur bessere Entscheide treffen zu können, sondern auch die Messbarkeit der Massnahmen, die wir umsetzen, belegen zu können. Ich mag an Searchmetrics, dass es sehr datengetrieben ist und in der Entwicklung auch nicht stillsteht. Die Software entwickelt sich weiter und liefert uns damit das richtige Werkzeug, um erfolgreich zu sein. Ich bin beeindruckt vom Searchmetrics Summit in diesem Jahr. Viel grösser als letztes Jahr, wirklich tolle Venue und top organisiert, gute Inhalte.